Willkommen zu einem neuen Jahresrückblick. Genauso was habe ich bereits letztes Jahr gemacht. Das ist zumindest mein erster Versuch, es ist etwas kürzer ausgefallen als der letzte Jahr. Aber es ist definitiv gerade für mich ungewohnt, wieder einfach so am Mikro zu sitzen und durchzukommentieren. Das wird auch Uncut sein, weil ich einfach gar keine Zeit habe, das noch irgendwie zu schneiden oder sowas, weil ich gleich auch mit meiner Familie Silvester feiern wollte noch, richtig? Ähm, ja, das ist dann halt so ein bisschen problematisch, aber egal. 2018 war für mich ein ganz geiles Jahr eigentlich. Ich habe viele Leute kennengelernt, Tim zum Beispiel, und Jan musste ich leider auch kennenlernen, der sich ja im Nachhinein für mich so als der kritikunfähigste Mensch überhaupt erwiesen hat. Und... Aber, ja, ich meine, so Leute trifft man immer. Selbst Einstein sagt ja, der Grund für Stress ist der Kontakt mit Idioten. Und ich habe 2009... äh, ich sag die ganze Zeit 2019. Ich habe 2018 eigentlich so ein bisschen Streaming für mich entdeckt, was ich aber auch schon wieder unter einem Aspekt verloren habe, nämlich ich habe Minecraft... an Minecraft im Grunde genommen den Spaß verloren. Minecraft-Spiel... Es hat mir lange Zeit Spaß gemacht. Aber du kannst halt Minecraft einfach als Casual nicht mehr spielen und dabei Spaß haben. Deshalb... ja, da habe ich mich halt entschieden, dass ich mich nicht zu einem Stream stringen werde, wenn ich... String... String... Supernick String... Ähm... Dass ich mich nicht zu einem Stream zwingen werde, wenn ich keinen Bock habe drauf. Aber gleichzeitig hat mein Rechner es auch nicht geschissen bekommen, so Sachen wie Counter-Strike oder sowas zu streamen. Bio 4 habe ich tatsächlich nicht ausprobiert, weil ich Bio 4 nicht so viel gespielt habe in meinem Leben bisher. Ähm... Aber ja. Und... Ich habe mir Fest für 2019 vorgenommen, dass ich mehr streamen will. Ich werde mir bald einen neuen Prozessor kaufen, der dann dementsprechend auch einen Stream hingekommen sollte. Und... Ja. Dann werde ich wahrscheinlich mehr oder minder ziemlich aktiv streamen. Das wird dann... CS, GTA werden dann wahrscheinlich so hauptsächlich, äh... die Spiele sein. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwo bestimmt mal ein Ründchen Rainbow Six oder Bio 4 oder vielleicht auch mal in Minecraft alle 100 Jahre. Da werde ich wirklich so... immer spontan entscheiden, worauf ich gerade Bock habe. Oder... Also, ja, worauf ich halt gerade Bock habe, worauf mein Mate gerade Bock hat. Oder auch generell, ob mein Mate überhaupt Bock hat zu streamen. Und gleichzeitig, ja... War 2018 für mich das Jahr, wo ich Counter-Strike für mich entdeckt habe. Ich hatte vor 2000... Also, zu Beginn 2018 hatte ich, glaube ich, vielleicht 30, 40 Stunden Counter-Strike. Jetzt habe ich 330. Ähm... Das ist halt schon extrem viel, wenn man bedenkt, dass ich es Mitte des Jahres erst entdeckt habe. Also, klar, es gibt dann so Leute wie Rest, die in einem... Äh... Die in einer Woche dann mal 60 Stunden kurz zocken. Aber, ähm... Ich bin halt dann... Ich bin halt einfach niemand, der so schnell zockt. Aber... Ich habe halt direkt auch ziemlich schnell beim Streaming den... Ja, beschissenen Teil, sag ich jetzt mal, entdeckt. Nämlich User, die einen abfacken. Da meine ich jetzt... Da denke ich jetzt hauptsächlich an ein Extrem. Es gibt auch das andere Extrem, natürlich User, die super nett sind und so weiter. Und wo man sich echt immer freut, wenn die in den Chat kommen. Wo man dann auch im Grunde genommen immer hofft, dass sie in den Chat kommen. Aber ich hatte auch mal einen Zuschauer, der war noch jünger. Beziehungsweise sehr jung. Und... Der hat die ganze Zeit um Mod gebettelt und so weiter. Und... Der hat dann irgendwann einer Moderatorin von mir geruht, dass... Und die Moderatorin ist definitiv älter als ich. Ich glaube, 17 oder so was. Dass er ihren Freund umbringen will, damit er mit ihr zusammen sein kann. Ja. Ähm... Und so, Leute... Wenn ich dann so Leute in den Chat bekomme und so weiter, dann habe ich halt auch einfach keinen Bock mehr. Ähm... Besonders, wenn ein Mod oder sowas... Ähm... Wenn irgendwer ein Mod von mir oder sowas... Ähm... Versucht... Also, wenn jemand einen Mod von mir beleidigt oder sowas, dann hat das im Normalfall immer einen Bann hinterher. Ich habe ihr gesagt, sie soll ihn bannen, wenn sie ihn bannen will. Ähm... Aber... Ja, so Leute sind dann halt die Leute, wenn man sie sieht, hat man dann keinen Bock mehr. Und... Das ist halt dann so der Punkt, ja, der dann halt extrem nervtötend ist am Streamen. Zumal, ich wollte, ich will halt, wie gesagt, mich eigentlich nicht zu einem Stream zwingen, auf den ich selber gar keinen Bock habe. Ähm... Aber ich kann mir vorstellen, dass ich echt viel ähm... streamen werde nächstes Jahr. sobald ich meinen neuen Prozessor habe, werde ich wahrscheinlich direkt an dem Tag ähm... anfangen. Und ja, das war's dann schon so. Ich meine, klar, ich kann jetzt noch so theoretisch so viel erzählen, wie zum Beispiel, ich war auf der Gamescom, hab Tim getroffen, äh, ich war auf dem Konzert und so weiter. Ähm... Das hat mit YouTube an sich aber nicht so viel zu tun. Und... Ja. Dementsprechend... Ich bedanke mich recht herzliches Zusehen. Schreibt mal bitte unbedingt in die Kommis, was ihr, äh, von mir gerne sehen wollt. Vielleicht kann ich mich da ja mal so ein bisschen dran orientieren. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Rutsch, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, da wir in 50 Minuten, in 49 Minuten, nicht mehr 2018 haben werden, dass ihr das wahrscheinlich tendenziell eher dann nachschaut. Deshalb wünsche ich euch, hoffe ich, ihr hattet alle einen guten Rutsch. Bis dahin. Wir schauen uns jetzt noch schnell den Clip an. Ich war im Clip, das ist schon mal eine Idee. Ähm, ja, also schreibt bitte, was ihr sehen wollt, weil sowas hilft mir immer ungemein. Komm, wird der Tod noch was? Okay, dann tschau! Ooooo! OJ! OOo!